Herzlich Willkommen. Ich habe am Sonntag für uns eine Taube gemalt, eine Friedenstaube oder ein Paradiesvogel ist es schon fast geworden. Und zwar mit der Idee für den inneren Frieden, den inneren Frieden und natürlich auch den äusseren Frieden. Und von den Energien wird es jetzt sehr kraftvoll, stärkend. Stärkende Energien, die wir nutzen können, Dinge abzulösen, die wir schon lange mit uns mittragen. Und zwar ist es von der Energie, wie einfacher loszulassen. Ja, und das möchte ich dir uns ans Herz legen, jetzt diese Zeit zu nutzen, um noch mehr in diesen Frieden einzutauchen. Mit dem Frieden mit uns selbst und mit allem, was da ist. Im letzten Video haben wir eine Ablösung gemacht. Ängste, zeitliche Ängste. Diese Meditation, diese Ablösung kannst du auch mit anderen Themen machen, wenn du das möchtest. Und jetzt dir oder wir uns in dieser Zeit wirklich diesen Raum nehmen für uns. In der Energie, in der Verbindung zu Erde bleiben und uns nicht irgendwo verzetteln. So kraftvolle Energien kann man immer zum Positiven verwenden oder auch in sich eben in Dinge hineinsteigen und die Energie da rauszulassen. Aber wenn wir bewusst daran denken, dass jetzt eine Zeit, eine ganz wichtige Zeit für uns da ist und wir uns immer wieder einmitteln, etwas Schönes für uns machen, uns etwas Gutes tun, dann können wir diese Energien zum Positiven nutzen. Mit diesem Impuls wünsche ich dir ganz schöne Tage, kraftvoll, friedlich und freue mich auf bald. Wunderschöne Wunderschöne Wirklichkeit Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!